Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einem neuen Video von mir. Nur coole Games, Socker, wo denn auch sonst? Es ist gerade nächster Tag. Heute ist der letzte Ferientag, Ostermontag. Es ist gerade 0 Uhr 36. 0 Uhr 36 haben wir es jetzt gerade. Und dieses Video geht eigentlich nur eins, Entschuldigung, weil ich habe ja gesagt, ich mache heute noch 500 Freddy's und sowas. Und das habe ich vergessen, ja, ich habe es tatsächlich vergessen, mein Lieblingsspiel. Aber das ist jetzt auch blöd, weil ich kann es jetzt hier nicht in der Nacht aufnehmen. Meine Mutter ist am Pennen und wie soll ich das machen? Wenn ich jetzt hier die Sand so laut aufdrehe für euch, dann, naja, macht ihr auf und rastet aus. Das ist bestimmt bei eurem Mutti's auch so. Naja, auf jeden Fall, ich wollte mich gerade, also ich wollte mich jetzt entschuldigen. Und ja, das war es dann mit dem Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und seid bitte nicht sauer, dass dieses Video jetzt rauskommt. Okay, ciao.